Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu meinem Channel im neuen Jahr 2018. Ich hoffe ihr seid gesund in das neue Jahr reingerutscht und in letzter Zeit hat mich ein Thema sehr beschäftigt und ich wollte mal ganz kurz informell darüber sprechen, weil es bestimmt einige da draußen gibt, denen es ähnlich geht. Weihnachten und Neujahr war die Zeit, in der sehr viele Bekannte, Verwandte, Freunde bekannt gegeben haben, dass sie ein Kind erwarten. Facebook, Instagram, alles war voll davon, wir erwarten ein Kind, wir erwarten ein Kind, wir erwarten ein Kind. Wie geht es einem dabei, wenn man selbst immer derjenige ist, der ein Kind erwartet und es dann verliert und erwartet und verliert und erwartet und verliert. Beziehungsweise für die, wo es gar nicht klappt. Ja, ich wollte einfach mal kurz erwähnen, was mir hilft, wenn solche Momente kommen und das war auch dieses Jahr für Neujahr war es wieder ziemlich oft ein Stich ins Herz. Viele Pärchen, die ich halt in den USA auch kennengelernt habe, frisch verheiratet, sofort klappt es mit dem Kind und alles ist toll und allerdings natürlich toll. Wieso klappt es bei denen gleich und bei mir nicht? Was mache ich falsch, was mache ich anders? Ich bin doch kerngesund, mein Mann ist kerngesund, wieso klappt es nicht? Und viele haben mich da gefragt, wie schaffe ich es überhaupt so positiv zu sein in dieser Zeit, nachdem ich eben so viel, ich meine, gerade wenn man sowas sieht, kommen mir oft diese Fragen. Wie gesagt, wieso klappt es bei denen, wieso klappt es bei mir nicht? Und dann kommt natürlich ein Stück weit Neid auf, was völlig menschlich ist, was völlig normal ist und ich denke, es ist auch okay, wenn man ein Stück weit neidisch auf jemanden ist. Es ist nicht unbedingt immer was Negatives, sondern man freut sich ja für den anderen und wünscht, wenn man hatte, genauso viel Glück wie diese andere Person. Und ich glaube, das ist das Hauptding, dass ich versuche nicht negativ neidisch zu sein, im Sinne zu, die haben das und ich gönne ihnen das gar nicht und die haben das gar nicht verdient oder ja, so halt zu denken, sondern ich versuche das positiv zu drehen, zu sagen, hey, ich freue mich, ich freue mich, dass diese Menschen nicht diesen Mist durchmachen müssen, den ich durchgemacht habe. Ich freue mich, dass diese Menschen ein gesundes Kind austragen dürfen. Ich freue mich, dass diese Menschen das Tolle an der Schwangerschaft erleben dürfen, dass die voller Hoffnung sein dürfen, dass die, ja, dass für sie Schwangerschaft noch was Tolles, Erwartungsvolles ist und nicht was Angsteinflößendes, was mit ständigen Fragen im Kopf, oh Gott, geht irgendwas gut, ist da Blut, ist, habe ich Krämpfe oder ja, was man halt sonst denkt, wenn man nach so einer Erfahrung halt wieder schwanger ist. Und ja, was hat mir geholfen? Ich weiß es gar nicht. Ich, einfach dieses Positivbleiben, glaube ich, als ich zum Beispiel mit der dritten Schwangerschaft, meine Schwester hatte angekündigt, dass sie ihr erstes Kind erwartet und ich bin kurze Zeit später selber schwanger geworden. Ich war genau drei Wochen hinter ihr. Ich war so aufgeregt, so aufgeregt, gleichzeitig mit meiner Schwester schwanger zu sein. Ich habe es ihr gegönnt und ich hoffte nur die ganze Zeit und habe gebetet dafür, dass sie nicht diesen gleichen Mist durchmachen muss wie ich und das hat sie zum Glück auch nicht. Und als ich da meins verloren habe, war das so ein richtiges Chaos der Gefühle. Auf der einen Seite war ich so froh, dass meiner Schwester dem Kind und ihr es gut geht. Auf der anderen Seite war die Trauer so tief, einfach zu wissen, okay, ich sehe jetzt, wie ihr Bauch wächst, ich sehe, wie ihr Kind wächst. Und ich frage mich jedes Mal, wie weit ich wäre und dass es bei mir bald so weit wäre. Und es ist hart, es ist wirklich hart. Jetzt ist das Baby ja da, es ist ja drei Wochen früher gekommen. Es hatte gestern errechnet einen Termin und ist ja schon vor Weihnachten gekommen. Um dem Kind geht es gut, die sind zu Hause, es entwickelt sich prächtig, mein Neffe ist total süß, meiner Schwester geht es super und mein Termin wäre Anfang Februar gewesen. Klar denkt man darüber nach, das vergisst man nicht. Das ist in einem drin und es ist nicht einfach und ich will es auch gar nicht runterspielen oder so tun, als wäre das nicht mehr da, dass ich nach drei Fehlgeburten sowas vergesse oder dass der Schmerz nicht mehr der gleiche ist, das stimmt nicht. Der Schmerz ist immer noch da, der Schmerz ist genauso schlimm wie beim ersten Mal und der wird auch nicht unbedingt weniger. Es wird, man kommt nur besser damit klar, also, aber es ist immer noch vorhanden, also und deswegen immer, wenn ich diese Ankündigung von anderen sehe, muss ich mich immer wieder dran erinnern, Eika, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, ein bisschen neidisch zu sein, aber bitte für diese Menschen, dass sie sowas nie erleben dürfen müssen, dass sie eine positive Schwangerschaft erleben dürfen, denn du hast auch viele, die an dich denken und dir das Beste wünschen und das kannst du nur für die anderen tun und ich wünsche niemanden, dass er das durchmachen muss, was ich durchmachen musste oder meinen Mann. Niemanden, nicht mal wirklich niemanden, das ist einfach der größte Mist auf Erden und ja, ich weiß gar nicht, was da das Geheimrezept ist, positiv zu sein. Ich glaube, das ist einfach eine Sache der Einstellung. Ich war noch nie ein Mensch, der sich hat von irgendwelchen Sachen extrem runterziehen kann, für einen kurzen Moment, klar, ist man mal depressiv, ist man mal traurig, darf man auch sein, man ist ein Mensch, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, die sollten wir auch zum Ausdruck bringen und nicht in uns einbunkern, weil Gefühle, die nicht ausgelebt werden, werden zu Depressionen und ich glaube, das ist am Ende schlimmer, als wenn man eine gewisse Zeit seine Gefühle einfach freien Lauf lässt und es dadurch besser verarbeiten kann. Ich glaube, das ist so der Haupttipp, dass man dann, wenn es so weit ist, also als ich die Kinder verloren habe, konnte ich so viel geweint, wie ich nur konnte, irgendwann ging es einfach nicht mehr und dann einfach jeden Tag aufs Neue anfangen, jeden Tag aufs Neue und einfach hoffnungsvoll bleiben, einfach hoffnungsvoll, dass es wird, dass wir ein gesundes Kind bekommen, dass wir Eltern werden und diese Hoffnung einfach nicht aufgeben, auch wenn es manchmal völlig aussichtslos im Moment erscheint, aber ich glaube einfach fest daran, dass es irgendwann kommt und dass, wenn dieser Moment kommt, er einfach viel, viel schöner für uns sein wird als für andere, die es einfach gar nicht so krass wertschätzen können, wie wir es dann wertschätzen werden, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man drei verloren hat und ein Kind bekommt oder gleich sofort ein gesundes hat, das ist einfach, da ist eine ganz andere Wertschätzung trotzdem noch da, denke ich jetzt mal. Wie gesagt, das war jetzt doch ein bisschen längeres Video, ich wollte einfach mal kurz meinen Gedanken freien Lauf lassen, wie es mir so ging, weshalb ich auch so ein bisschen abwesend war, weil, wie gesagt, Neujahr war viel, viele Leute, die jetzt bekannt gegeben haben, dass sie schwanger sind und jetzt im Juni, Juli, August und so weiter Kinder bekommen werden in diesem Jahr und das hat mich manchmal ein Stückchen mitgenommen und da wollte ich einfach mal kurz drüber reden, euch das mal wissen lassen, wenn ihr das ähnliche durchmacht, ihr seid nicht allein, auch andere sind traurig und das ist völlig normal, das ist völlig menschlich und ihr dürft auch traurig sein und das ist völlig in Ordnung. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr die Hoffnung in diesem Jahr nicht verliert, dass ihr euch positiv auftanken könnt und genau wie wir versucht, einfach das Beste draus zu nehmen aus diesem Jahr und nach vorne zu gucken und nicht zurück zu gucken, sondern im Moment zu leben und dann sich auf die Zukunft zu freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann für das heutige Video, wir werden bald wieder nach Bayern fahren, an unserem Haus weiterarbeiten, da werde ich euch dann natürlich wieder mitnehmen, das wird in der ersten Februarwoche passieren und wenn ihr bis dahin irgendwelche Videos unbedingt nochmal sehen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, auf eure Vorschläge einzugehen und ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Bis dann!